Heute ging es nach Nürtingen. Bei diesem wunderschönen Wetter und knapp 30 Grad und das noch um 18 Uhr abends, haben wir uns einmal angeschaut, was die Nürtinger nach Feierabend oder nach Studiengangende oder nach der Berufsschule noch so treiben. Wir haben uns einmal auf dem Stadtbalkon umgeschaut und dort war die Stimmung sehr ausgelassen an diesem Abend. Menschen saßen mit ihren Drinks oder einer Cola oder auch einem schönen kalten Bier am Stadtbalkon am Neckar und haben die Sonne genossen. Egal ob man einen Drink genommen hat, sich ein Bier gegönnt hat oder einfach auch ganz alleine in einem Baum meditiert hat oder mit seinen Freunden Karten gespielt hat, jeder ist bei diesem Wetter auf seine Kosten gekommen. Natürlich durfte auch eine kleine Abkühlung im Neckar nicht fehlen. Ja gut, hier hat man eine relativ schöne Aussicht über Neckar. Man ist relativ allein, relativ ruhig hier. Es ist einfach schöner als jetzt direkt im Getümmel. Ja, hin und wieder bin ich schon hier unterwegs, aber jetzt hauptsächlich eher wegen dem Stadtbalkon heute. Ich habe meine Freundin mit dabei und eine Freundin mit ihrem Freund. Also wir sind so ein bisschen zusammen unterwegs.